Was geht Freunde? Mein Name ist Lyscario und wir spielen Minecraft Skywars. Das ist die zweite Runde, die ich auf diesem Server spiele. Bisher sonst nur auf der Waze gespielt. Und man muss auch sagen, komischerweise bzw. glücklicherweise habe ich die erste Runde gewonnen. Hab aber nicht aufgenommen, weil ich mir gedacht habe, ey die erste Runde luchst du sowieso ab as fuck. Aber ja, ist halt leider dann nicht so gekommen, wie ich erhofft hatte. Also ich hab gewonnen, ne? Das ist auch gut erhofft, ja. Und dann nehmen wir das. Das kann ich wegschmeißen. Das und das. Das kommt auf die 2, das kann weg. Weg. Auch weg. Ich meine ich kann jetzt kein Eisen damit abbauen, aber egal. Ich hab ne Enderpearl! Nice! Ich hab ne Enderpearl! Billupface ist vorbei. Die Kampf beginnt. Mann, bist du schlecht? Alter, ist der schlecht! Guck doch in deine Kisten rein! Oh meine Fresse! Nice! Wieso guckst du nicht in deine Kisten rein? Fuck man! Oh hi! Hallo! Alles klar? Ja? Weg damit! Weg damit! Das darf man nix! Zack, zack, zack! Zack, zack! Ich mach mir n Dirschwert! Hallo? Ab, dann kann ichs! Da kann ja gar nichts mehr schief gehen! Ja, passt! Achtet ihr mir schon! Vielleicht hab ich nichts anderes mehr! Aber nein! Ich hab genug Junge! Ich hab genug! Versuch, mich unten rüber zu bauen! Nackts nicht! Ich bin dumm und glaube, er bemerkt's nicht! Er bemerkt's einfach! Und mach mich dann von oben fertig! Wuhuhuhuhu! Yolo mododolo! Yolo! Yololololololo! Yolo! Vielleicht auch mein Leben kosten! Mach mich das einfach rein Junge! Das kann man! Das geht! Oh Okay, du willst sterben. Okay Mein Freezer Gib mir den golden apple. Gib mir den golden apple Wie ich zittere, ne? Oh, ja. Nice. Der dachte schon, er hat gewonnen, aber gegen mich gewinnt man nicht so einfach. Mich gewinnt man nicht so einfach. Jetzt kommt von hinten einer und ballert mich einfach weg. Pass auf. Pass auf. Okay, ich meine, ich hätte auch davor den Goldapfel freisen können, dann hätte ich gar nicht Angst haben brauchen zu verlieren. Aber ihr kennt mich doch. Oder Bui, der immer... Der immer alles vergisst, was er eigentlich tun sollte. Fünf Spieler remaining. Was? Fuck Allah. A5. Habt ihr mich gesehen? Jolo, was da liegt? Weiter, wir versuchen's. Jetzt ist einein Erwartung. Vielen Dank. Ah nein, mein Goldappel gilt nicht mehr. Nein! Oh Gott. Ah ja! Holy! Makarote! Fuck! Alter, 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 alter. Fire Resistance, okay. Was? Ich hab gewonnen! Nein, oder? Achievement Winner, der war fast! Oh mein Gott! Was ist denn hier los? Ha, ja. JJ. Ah, JJ. Leute, das war's mit der heutigen Folge Minecraft Skywars. Ich dachte mir so, hey, rüsten wir uns mal aus. Und dann hab ich gewonnen, ey. Läuft bei mir. Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns dann in einer neuen Folge. Vergesst nicht, das Video zu bewerten und auch einige Kommentare zu hinterlassen mit eurer Meinung, beziehungsweise, was ihr denn als nächstes sehen wollt. Bis dann. Tschüss! Dann sch enem ewes. Okay.